Ich bin Louis, eigentlich George Alexander, Wilfried Gottfried Louis II. zu ganz Nordrhein-Westfalen im Glanze der Sonne zu Versailles. Aber ich bin da ja nicht so. Ehh, mach mal Platz da, du Blaublüter! Die heimliche Pfft, die eigentlich hoch anerkannte und gefürchtete hier im Anwesen bin ich, Lilly. Okay, manchmal nenne ich mich auch Lilly from the Block. Vom Bordstein zur Skyline, ihr wisst schon. Und wir sind die Katzen von den beiden menschlichen Vollpfosten hier. Die allen Ernstes denken, sie wären unsere Herrchen. Wie wir aber so unseren Tag verbringen, wenn die Alten endlich mal weg sind oder uns zumindest endlich den Tag versüßen, zeigen wir euch jetzt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.